Hallihallo. Mal angenommen, man ist in einer neuen Stadt umgezogen, aber man findet nicht so schnell den Anschluss. Vor allem in der Corona-Zeit ist es besonders schlimm, weil man nichts mehr zusammen unternehmen kann. Dann wäre es doch sicher gut, eine App zu haben, bei der man neue Freunde mit gleichen Hobbys finden kann. Und genau das wollen wir mit FriendFinder bezwecken. Was ist FriendFinder? Ja, FriendFinder ist eine Web-App, in der man sich neue Freunde finden kann, wie zum Beispiel gerade genannt, wenn man in einer neuen Stadt zieht. Wir haben es so gestaltet, dass man Leute vorgeschlagen bekommt mit denselben Hobbys oder Interessen und mit diesen chatten kann. Welche Hürden mussten wir bis jetzt überwinden? Im Frontend hatten wir oft das Problem, dass uns die Motivation abhandengekommen ist, da uns immer wieder bewusst geworden ist, wie viel denn da noch zu designen ist. Zudem hatten wir im Backend ursprünglich das Problem, dass wir mit einer falschen Programmiersprache gestartet sind und einige Dinge nochmal in einer anderen Programmiersprache neu bauen mussten, da sie so nicht so funktioniert hatten, wie wir das uns vorgestellt hatten. In der technischen Umsetzung haben wir im Frontend mit HTML, JavaScript und CSS gearbeitet. JavaScript für viele der Funktionen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn man auf einen Knopf drückt. CSS, um das ganze Design der Seite zu machen und im HTML, um zum Beispiel Text oder Knöpfe hinzuzufügen. Genau. Im Backend haben wir JavaScript benutzt und haben das unter Node.js laufen lassen. Wir hatten ursprünglich Java benutzt, aber wie ich eben schon gesagt hatte, hat das nicht so gut geklappt. Diese beiden Systeme kommunizieren mit einer Technologie, die nennt sich WebSocket. Bei WebSockets wird ein Kanal geöffnet, der permanent offen bleibt, sodass der Frontend und das Backend sich permanent unabhängig voneinander austauschen können. Da sieht man noch einmal Teile vom Code des Frontends. Links sieht man mal ein kleines bisschen, dass der ganze Code vom Login-Fenster sieht ziemlich wenig aus, macht aber recht viel. Rechts leider etwas abgeschnitten sieht man ein klein wenig die Kommunikation von Server und Website. Hier ist ein Ausschnitt des Codes im Backend. Und zwar hatte ich ja gerade schon genannt, dass wir mit WebSockets arbeiten und hier sind zwei Endpoints für die WebSockets. Und zwar ist das einmal, wo alle Chaträume, auf die der Nutzer Zugriff hat, abgefragt werden und einmal, um alle Nachrichten in diesem Chatraum abzurufen. So, wir haben jetzt noch eine Demo vorbereitet. Hast du den Server wieder gestartet? Ja, oder? Ja. Also wir zeigen, wir haben hier, wie ihr in der Präsentation schon sehen könnt, haben wir mal zwei Channels angelegt. Einmal einen privaten Channel zwischen mir und Erik, da können wir privat uns austauschen, das können wir euch ja gerade einmal zeigen. Ich habe jetzt die Nachricht Hallo bekommen, jetzt schreibe ich einfach mal zurück. Ihr seht, das funktioniert ganz gut. Jetzt wollen wir aber noch mit Lukas und Karol schreiben, deshalb gehen wir in den anderen Chat-Channel. Ja, komm. Lukas, Karol? Ähm, es gibt bei mir gerade ein paar kleine Technik-Probleme. Ich komme nicht rein. Hast du dein Passwort falsch geschrieben? Nein, mein Passwort ist diesmal nicht falsch geschrieben. Äh, Seite neu laden. Die Seite ist neu geladen. Und Benutzernamen auch richtig geschrieben? Ja, eigentlich schon. Mit großem L. Mit großem L, ja. Karol, kommst du rein? Die Seite lädt nur wieder nicht. Das ist das Problem. Ey, hast du Webstorm geschlossen? Hast du es über... Ja, du musst es über Webstorm geschlossen. Dann startest du mal über Webstorm neu. Aber wie ihr seht, haben wir hier jetzt auch schon die dritte Person. Eigentlich sollte da jetzt auch noch eine vierte Person dazukommen. Kurze Moment. So, jetzt komm. Das ist jetzt einfach mal ganz kurz so. Hallo. Ich bin... Okay, ich hab's auch geschafft. Ich hab dich mal ganz kurz vertreten. Okay, ich logge mich hier direkt wieder aus und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich denke mal, ich kann jetzt wieder an die Moderation weitergehen. Okay. Okay. Vielen Dank.